Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Blog. Ich nehme euch wieder mit durch meinen Alltag. Also viel Spaß. So, Hallöchen ihr Lieben. Ich gehe jetzt in die Stadt und hole das Weihnachtsgeschenk von meinem Vater ab, ob es schon da ist. Es ist so ein Fotobuch. Das haben wir selber gestaltet mit diesem Programm. Das muss ich dann bei Rossmann abholen. Außerdem wollte ich noch mal gucken, ob irgendwo noch mal einen Weihnachtsbaum gibt. Weil ich habe ja einen Weihnachtsständer hier zu Hause. Und letztes Jahr hatte ich auch einen Weihnachtsbaum. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob es irgendwo noch Weihnachtsbäume gibt. Und dann hole ich mir einen Weihnachtsbaum. Also nehme ich euch mal wieder mit. So, meine Lieben. Das ist heute mein Armutessen. Und zwar Gurken, dann Hähnchenbruststreifen mit Chili. Dann zwei, wie heißt denn das, Babybell. Dann eine halbe Kugel Mozzarella. Und Königer Frischkäse insgesamt hat das 15 Punkte. So, meine Lieben. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe nicht so viel gemacht. Wir waren da in der Stadt. Und dann haben wir das Buch für meinen Vater geholt. Und habe gleich gemerkt, dass zwei Bilder nicht so gut aussehen. Aber ich habe gedacht, naja, scheiß drauf. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Außerdem habe ich nach einem Weihnachtsbaum geguckt. Habe aber leider keinen gefunden. Na Gott. Heute dieses Jahr halt ohne Weihnachtsbaum. Ähm, ja. Was haben wir noch gemacht? Ja, ich habe Geschenke eingepackt. Und so ein bisschen gebastelt. Ich zeige euch das mal. Das. Also, da steht oben mein Name. Also, mein YouTube-Name. Gina's Life and More. Dann habe ich hier so eine... Das mache ich jedes Jahr eigentlich. Meine Vorsätze für nächstes Jahr. So ungefähr. Dann hier... Ich weiß, Süßigkeiten. Passt nicht genau hin. Ich weiß. Dann hier mein Leben genießen. Abnehmen natürlich. Sport. Mehr Mut. Tee trinken. Hannover 96. Vielleicht ein Tattoo. Dann... Schüchternheit überwinden. Glücklich sein. Fitbit jeden Tag tragen. Dann Fotos machen. Das ist ein... Ja gut. Das ist ein Traum, den will ich aber dieses Jahr nicht erfüllen. New York. Hübsch. Hübscher Wert wahrscheinlich. Gemüse essen. Obst. Dann Freunde treffen. Positiv denken. Das mache ich eigentlich immer. Dann die Liebe meines Lebens treffen. Ob das so wird, das glaube ich nicht. Dann mehr trinken. YouTube. YouNow. YouNow ist... Wer es nicht kennt. Es ist eine... Ja, wo man live streamt. Es ist echt cool. Also da gibt es coole Leute. Und manche... Ja gut. Manche nicht, ne? Dann höre ich Hunger. Oh scheiße. Dann Cats. Lesen. Ja. Das war's. So. So meine Lieben. Das war jetzt wirklich mein Tag. Äh. Es war jetzt nicht so berauschend. Und nicht so viel los. Dann wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten. Man sieht sich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.